Mal schnell eine Runde Tischtennis. Alexander Streng und sein Kollege machen eine kreative Pause. Der Chill-Bereich bei der DC AG in Kulmbach sieht eher nach Kneipe oder Spielhalle aus, ist für oberfränkische Verhältnisse eher ungewöhnlich. Doch solche Benefits sind gefragt in der jungen, modernen Arbeitswelt. Und die reichen ziemlich weit. Wir können mobil arbeiten z.B., zeitlich und örtlich flexibel. Wir haben unbegrenzten Urlaub. Das sind Themen, die vielen Mitarbeitern oder vielen Bewerbern sehr wichtig sind. Das merken wir. Dann gibt es bei uns auch Themen wie Weiterbildung, wonach auch immer wieder gefragt wird, was wir sehr fördern. Das sind Themen, die uns sehr am Herzen liegen. Auf genau solche Extras hat es Olivia Hofmann abgesehen. Mit ihrer Agentur Jobtrüffel sucht sie Firmen, die neben pünktlicher Gehaltszahlung, geregelten Arbeitszeiten und angemessenem Urlaub noch Besonderes für die Mitarbeitenden anbieten. Diese ganzen weichen Faktoren, die Firmenkultur, das macht so viel aus und ist eben den Jobsuchenden auch wichtig. Und oftmals nimmt man vielleicht Firmen oder auch Jobs nicht in Betracht, weil man einfach die Firma dahinter unterschätzt, weil man denkt, ja, hier in der Region, das ist ja eher ländlicher, was kann mir da so ein Mittelständler auf dem Land schon bieten? Dem 25-jährigen Marketingfachmann Alexander Streng gefällt das breite berufliche Spektrum der DC AG. Die Firma erstellt Lösungen vom technischen Ablauf für Webshops bis hin zu kompletten Marketingauftritten. Ihn inspiriert die Firmenkultur. Wenn wir jetzt hier ein Büro hätten, das einfach so ein 0815-Büro wäre, wo du normale Schreibtische hättest oder so, würde ich denken, dass du dann vom Mindset her auch nochmal anders bist. Und jeden Morgen, wenn man hier reinkommt, weiß man, okay, man ist eine Stufe drüber und kann seine Kunden noch besser zu noch mehr Erfolg führen. Die Auftragsbücher sind voll, Menschen in die Region zu bekommen, schwer. Das gilt auch im Handwerk. Mario Sterzer, Kundendienstleiter beim Haustechnik-Spezialisten Limmer und Söllner in Alten-Kunststadt, schätzt die Flexibilität seiner Chefs. Weil es halt schon so eine Art Familie ist und nicht ein Betrieb, das ist halt ein Miteinander. Die Kollegen untereinander, die kenne ich über viele Jahre. Und es ist halt selbstverständlich, dass man dann unterstützt und hilft, wenn jemand ausfällt. Ein Familienbetrieb kann genauso ein Jobtrüffel sein. Wenn man sich mal überlegt, was wir eigentlich als Firma für Werte haben und für Benefits, dann muss man feststellen, dass wir seit Generationen diese Werte, diese Benefits schon leben. Aber wir sind nicht richtig kommunizieren. Gute Leute zu halten oder in die Region zu holen, könnte über die Jobtrüffel funktionieren. Gute Leute zu halten,